Schönen Schwarzwald, dann gehen wir schön in die Kabine und dann, naja, dann wird es richtig lustig, ey, sicher, mit sechs Leuten in so einem Ding, das ist der Hammer. Teilweise schnappeln sich da die Zombie-Leichen, da kommt keiner mehr rein, also raus und nee, das ist das Ende, da musst du drinnen bleiben, eine ganze Runde dann drüber, musst du drinnen bleiben. Juhu, es ist Schwarzwald. Geil. Hier kann man einfach sinnlos reinhalten, das ist richtig krass. Hier kannst du den ganzen Tag überwintern, ey, in der Zombie-Ambokalypse ist das der geilste Ort. Eigentlich kann man auch die Türen zuschweißen, das haben wir auch noch nicht gemacht, könnten wir auch noch machen, zur Not, wenn wir kein Bock mehr haben, aber okay, haben wir jetzt mal nicht gemacht. Die anderen, siehst du das, die anderen sind jetzt, die sterben jetzt, weil die da, na, die reingegangen sind, das war keine gute Idee, wären sie mal zu uns gekommen, naja. Die anderen, siehst du das? Das ist so geil, die ziehen die alle an, siehst du es? Das ist so böse. Wie sie alle sterben. Ich kann nicht mehr, das muss ich aufnehmen, ey, Struchlecher, das geht ja gar nicht. 20 Minutes Later. Immer noch ein Date, wir haben immer noch ein Date. Alle hinkommen, ey, als gäbe es mal ein, die ausverkaufen, guck ich hochschauen, das ist wundervoll. Kurviervoll. Das kann ich mehr, ey. Wie er davor hinkommt, der stimmt das erst mal. Der war nicht so schlimm. Ey, der war nicht so schlimm. Es ist so schlimm. Jetzt weg auf die andere Seite. Es ist so schlimm. Bist du so ein Idiot? Ich kann nicht mehr aussehen. Ich kann nicht mehr aussehen. Ich kann nicht mehr aussehen. Ich bin sicher, dass ich mir eine in meinem Haus tut so weh. Eieieie, das ist geil. Oh, der lebt ja noch. Wow, ey, Respekt. Aber die nächste Runde in der Shop, ey. One Eternity Later. Oh, geil. Ich freu mich so, Schwarz. Zehn Wellen, ey. Oh, ich auch. Ey, das wird mega. Ey, jetzt schau mal die... Da ist die... Das Mädchen? Oh, ist das geil. Wie wird das schon da? Das ist das allerbeste. Ich bin jetzt schon gut. Das ist jetzt schon gut. Das ist doch gar nicht passiert. Ich bin... Ich sterbe jetzt schon. 12 Seconds Later. Naja, ist egal. Ist egal. Das ist egal. Das muss nicht. Das ist jetzt schon gut. Ich bin jetzt schon gut. Ey, siehst du, dass es wieder wackelt? Und hier wackelt es voll. Ich wackelt die... Die ganze... Die ganze Bucke... Die ganze Hood is umraging. Ja, das ist doch... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr mehr... Ich kann nicht mehr mehr... Ich kann nicht mehr mehr... Ich weiß nicht mehr... Ich muss aufhören, ey, ich sterbe... Aber ich will nicht aufhören. We have unlimited juice. This party is going to be off the hook.